Leute, wie viel Reichweite hat denn hier die Raketenartillerie? Oh, natürlich kann ich jetzt nicht schießen. Nein, ich will hier hinten drauf schießen. Verpiss dich, Junge, ich will nicht sehen, was du da machst. Deshalb weiß ich, warum wir keine Freunde mehr waren, weil mich das aufgeregt hatte. Ich habe auch vorher immer alles gesehen, was du machst. Verpiss dich, Junge! Nö. Ich habe gerade eine Stadt eingenommen. Junge! Was? Hör mal auf! Ich habe gerade eine Stadt eingenommen, sorry. Das dauert ein bisschen. Surprise! Ja, wie jetzt das Gebiet verteilt ist am Arsch. Ne, ich habe keinen Bock auf Attilas Hof. Den kannst du haben. Dann schicken wir einen Vorschlag. Roll, 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 roll. Du kannst ja wieder Öl mit reinnehmen, bitte. Dass mir Öl gibst. Warum soll ich dir noch Sachen geben? Warum nicht? Du kriegst eine scheiße Stadt von mir, was willst du? Wir hatten, unser Ölvertrag ist ausgelaufen. Ich bin jetzt bei minus zwei. Ich habe noch 19 Öl hier. Dafür hätte ich aber gerne was. Ach, du hast ja nicht. Es sind auch Zitronen und Dingens ausgelaufen. Färbemittel. Ja, Färbemittel ist das Einzige, was ich noch haben kann. Ja, komm. Das ist der schlechteste Deal, den ich jemals gemacht habe. Roll, 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 roll. Toll, jetzt ist mein Land jetzt rennt wegen dir. Roll, 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 roll. Kannst du mal bitte aufhören. Gently down the street. Hey. Okay. Das kann einem echt auf den Sack gehen. Ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Ich bin mir halt einfach nur so rum. Apropos, was machst du da eigentlich? Wo? Keine Ahnung, mit deiner Artillerie da. Um Hongkong rum, oder? Wo? Nein, lieber nicht Hongkong. Guck dir Hongkong an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Artillerien drumherum. Guck mal, was ich mit Kurs gemacht habe. Ja, ein bisschen zerstört. Ja, ich habe in dieser Runde einmal drauf geschossen. Und die Runde ist noch gar nicht vorbei. Ich kann drauf schießen. Vor allem, gleich wird der zerstört. Attila ist gleich von der Landtag-Karte getilgt. Ja. Muss ich jetzt wirklich noch mehr Ramades erobern? Erledigst du das inzwischen mal? Ich erledige das jetzt gleich. Ich bin nur gerade mit Hongkong beschäftigt noch. Ja, anstatt du dich auf die wirklichen Probleme beziehst. Ja, warte, ich lasse meine... Ich ballere einfach drauf, aber dann nehme die Stadt nicht ein, dann stimmen die immer noch für dich. Und schick in der Zeit ein, zwei Truppen... Die Fachregeln sind da abgelaufen. Ja! Hm, was? Dürfen wir jetzt alle wieder den Krieg erklären? Eigentlich schon. Ob sie es machen... Hey, ich habe noch ein Spion! Wo kommt denn der her? Weil du ein neues Zeitalter gemacht hast. In zwei Runden habe ich auch eine neue Dingens von dir. Oh, wie süß. Die bebomben mich. Das ist echt richtig. Berlin. Hier. Ein Diplomat nach Berlin. Soll ich mal gesehen, wie groß Deutschland ist? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht alles erforscht. Ich auch nicht, ist das Problem. Ich habe nur so... Mama, ich habe was gebaut. Guck mal, von hier aus kann ich auf mehrer Mare schießen. Okay. Das ist cool. Ach lol, das da vorne ist noch gar nicht meine Stadt. Ich wollte gerade irgendwas im Kurs stationieren und es mir aufgefallen hätte, das ist noch gar nicht meine Stadt. Lol. Egal, gleich ist es mir in der Stadt. Na, auf nicht. Hallo, ich bin der Janni. Wer bist denn du? Ah, du bist eine Stadt. Schießt du jetzt mal bitte? Cool, irgendwas wurde geboren bei mir. Hä? Deine Mutter. Nee, äh... Ach, ich habe das Pentagon erbaut. Oh, und ich habe einen großen Admiral bekommen. Das kannst du. Wie viele Einwohner hast du? ich habe demografie die bevölkerung 23 23 millionen 329 ich habe immer noch fast dreimal so viel gut ich dachte schon ich wäre irgendwie gefallen weil komisch angefühlt ich bin zu flug zeigt geräusche gehört war da irgendwas gerade so ja dann ach ich kann hier mit meinen fliegern abheben wer ist eigentlich dieser montezuma kennen wir den markt ja und montezuma ja nicht in ruckäse ich sehe gar kein montezuma ach so ja das ist der der unten in südamerika bümmelt der rote ja der rote ich kann es gerade nicht schließen guck doch auf die stadt welches zeichen der hat und dann guckst du in der liste wieder heißt ja montezuma das ist in der liste der der 500 598 punkte hat warte ich kann gerade das fenster nicht schließen dass dieser das ist dieser 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 art theke wie gesagt warte ich kann es nicht schließen wieso darf bismarck durch mein zeug fahren weil wir immer noch auf eine grenze mit ihm haben wieso weil wir den freundlich stimmen wollten damit der uns nicht angreift und warum sollte er uns das war die zeit wo wir ein bisschen misstrauisch waren weil alle wir uns den krieg erklärt haben na jetzt schenkst du es ne das ist einfach nur schon eine ganze weile her ich habe inzwischen eigentlich angst dass uns montezuma ist bei mir neutral ok ich kann ja ich wollte nur nachfragen weil der fährt hier halt rum und hat halt keine keine beziehungen zu irgendwem ballistik elektronik oder funkwesen als ich würde ich alles auf einmal nehmen würde ich zwischen einem menschen ab laufe zu sehen naja ne noch noch ins russland was wenn das nicht entscheiden muss ich muss mich entscheiden zwischen funkwesen elektronik und ballistik elektronik Hast du Plastik? Nein. Ja, aber führ zu. Erster Schritt in die richtige Richtung. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. So. Ich hab hier keine Probleme mehr. Gut, Hongkong hat jetzt null. Apropos, in welcher Stadt glaubst du noch mal deine Technologien? In Jaroslav? Weil ich hab neun Spionen, die ich zur Gegenspionage einsetzen könnte. Novgorod, Rostow und Jaroslav. Und wo klaust du am effizientesten? Jaroslav. Okay, gut. Aber... Dann setz dich da die große Firewall hin. Hör auf! Wieso? Die große Firewall macht nur, dass du ganz langsam Sachen klaust. Ey, das ist doch voll scheiße. Das ist mein bester Agent. Lass das doch. Ja, wieso klaust du mir eigentlich Sachen? Weil wir uns darauf geeinigt haben, dass du nix machst, damit ich den anderen was entgegenbieten kann. Ja, das war die Zeit, da warst du noch ein Lauf. Bin ich jetzt auch noch. Nein. Ich hab gerade mal nur 114.368 Truppen. Ja, ja, okay, du noch. Und das ist Gold. 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 Grand. Äh, Janni? Nein. Ich würd' sagen, das war's mit dieser Aufnahmesession, oder? Ja, das wäre doch mal ein, das ist doch mal ein angebrachter Vorschlag. Ja, und da der Weltkrieg jetzt ja so gut wie zu Ende ist. Ja, können wir ja mal ein kleines Päuschen einlegen, Lede. Ja. Boah, ich schläge hier noch eine Forschung an und dann geht's los. Ich meine, ich habe nur mit drei, äh, es ist an der Zeit, die Waffen ruhen zu lassen. Frieden mit, ja, nehme ich an, Elisabeth, mit der habe ich jetzt wieder Frieden. Ähm, du hast Marmaris noch nicht eingenommen, oder Marmaris. Da bin ich gerade auf dem Weg mit dem Panzer. Ach so. Gut. Oh, Attila möchte jetzt Frieden mit mir. Ich mache Frieden mit ihm. Ich weiß, wann mir die Liederlage bevorsteht. Seid ihr hier, um eure Bedingungen zu stellen? Was passiert denn, wenn ich jetzt hingehe und von dem seine letzte Stadt verlange? Der hat noch eine? Ach so, lol. Der hat oben noch eine. Die ist in Island. Die hole ich mir. Los, meine kleine Marienbote. Ich habe sie. Ich habe eine neue Stadt. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Okay, da. Interessant. Hallo? Was? Kommt noch was von dir? Ach so, ja. Von mir aus können wir jetzt... Hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Hier? Fick dich. Erober, hast du schon Frieden mit dem geschlossen? Nein. Dann erober du jetzt mal bitte Maris. Kurz. Kurz. Und dann tauschen wir. Und dann tauschen wir. Weil dann muss ich jetzt nicht nochmal extra Krieg gegen den erklären, weil ich das eh die nächsten 10 Runden jetzt nicht machen kann. Hm. Okay, warte kurz. Ich kaufe mir kurz hier oben eine Infanterie oder so. Ich baue dir auch schon mal das Gerichtsgebäude. Ja, das bringt mir nichts. Das ist der Zerstörer, da ist der Zerstörer, da. Wollten wir nicht eigentlich die Aufnahmesession beenden? Nicht, weil es gerade so spannend ist. Ich meine, ich habe jetzt nur mit einem Krieg. Mit dem Irokesen. Ja. Und da mische ich mich gleich ein. Ich bin nämlich kein Fan von dem Typen. Hm. Gut, dann erober ich die Stadt halt mit einem scheiß Schiff. Hm. So, dann machen wir den... Dann, Leute, machen wir jetzt kurz noch den Tausch von den beiden Städten. Und dann ist die Aufnahmesession beendet. Ja. Was wir danach machen, bleibt ein offenes Geheimnis. Das geht euch nicht. Möglicherweise fangen wir ja den nächsten Weltkrieg an. Oder wir starten... Oder wir machen ein kleines Päuschen und starten dann noch eine neue Aufnahmesession. Ja, aber da drinnen könnten wir den... Könnten wir, weil ich da so viel Spaß gemacht habe, jetzt über die gefühlt 400 Jahre langen Krieg zu führen. Nein, waren glaube ich nur jetzt 60 Jahre Krieg. So in etwa. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Ja, aber bisher waren es 60 Jahre. Ich meine, wir haben jetzt erst 2011. Ja. Sind fast in der Gegenwart angekommen. Hallo. Kannst du mal aufhören, nach Hongkong zu schießen? Die schießen mich ab. Ja. Die haben gar eine Einheit von mir getötet. Ich halte mich ja extra schon zurück, dass ich da nicht einfalle bis zur Abstimmung. In zwei Runden. Sonst hätte mir das nämlich in der letzten Runde schon Hongkong gehört. Ach, Schreck. Gut, also hier ist mein Verstörer. Und ich fliege kurz noch einen Angriff auf Mamadus. Ja. Und die Stadt geht auf die Fresse. Ich mache nochmal ein bisschen Produktion. Ja. Würdest du mal reagieren? So, da könnte ich eigentlich nochmal... Bitte sag mir, ich kann jetzt mit dem Zerstörung die Stadt einnehmen. Ja, kann ich. Knock, knock. It's Russland. Stadt anaktieren. So. Wer kriegt was nochmal? Ich bekomme Mamaris. Und du bekommst dafür Iximk. Ja. Ich würde es unbedingt in den Reikia-Wig. Ist genauso unaussprechlich. Das ist wieder voll... Das ist wieder voll der schlechte Tausch. Denn du wolltest die Stadt. Ja. Der Friedensvertag mit Attila wurde beendet. Okay. Ja gut, er wurde ja auch von der Landkarte getilgt gerade. Äh, war ein Unfall. Also ich habe jetzt noch keine Vereinbarung bekommen, ne? Doch, da. Kam die an? Ja. Annehmen. Stadt anaktieren. Was passiert denn jetzt, wenn der von der Landkarte getilgt wird? Und ich jetzt ihm aber die Stadt zurückgebe? Äh, denn... Noch ist er nicht weg. Er ist erst am Ende der Runde von der Landkarte offiziell. Ja, aber in der Punktewertung ist er auch nicht mehr. Ja, er wird nie angezeigt. Toll. Produktion. Gerichtsbeute. Zurück zur Karte. Jetzt haben wir Nixen gekillt. Schwörfahrenunfall. Sagte der Typ mit 35 Uran bereit, Atombomben zu bauen. Ja. Oh. Der gerade eine What-Wit-Nachricht bekommen hat. Geh ihn nicht. Äh, würde Dings eigentlich, äh, keinen Krieg mehr machen? Der Erokäse? Ja. Ich probier's nochmal, aber ich mein, der möchte weiter den Krieg. Ja, der will weiter den Krieg haben. Ja, okay, ich würd sagen, das war's dann mit dieser Aufnahmestation, oder? Ja. Strick. Geh ihn. Gleich. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja.